Aktuell hattest du ein Projekt gestern Abend, musstest du auch? Wir hatten gestern eine richtig große Fashion Show, wir haben gefeiert, getanzt. Was hast du gestern Abend getrieben? Ja, ich bin gerade zurück von einem Projekt, ich war in Holland, habe schon mein erstes Kino-Film gedreht und das freut mich. Nächster Jahr, nächster Jahr, nächster Jahr, ist ein Familienfilm, wir haben mich viele Kinder geerweitert auch, hat viel Spaß gemacht, ich musste aber auch niederlandisches dressen.